Hallo Leute, vorgestellt Nummer 2 von REUS 2. Ja, wir hatten letztes Mal den Planeten fertig geschafft und Defilcated by Human. Und hier haben wir diese Punkte gekriegt, wir konnten jetzt irgendwie nicht weitermachen oder ich muss jetzt hier auf den Fall gehen. Ich würde sagen, ihr schaut das Logo und dann gucken wir, ob es da weitergeht. So, dann klicken wir da mal drauf, dieses Bildschirm hatten wir noch. Leave Planet könnte man, Continue Playing und Back Rewards, ich glaube hier ist sonst nichts. Waren wir zu schlecht oder was? Aber wir können ja Continue Playing machen, aber das ist doch auf diesem Planet dann, oder? Tja, gute Frage, nächste Frage, ne? Wie komme ich jetzt ins Menü zurück? Gute Frage. Iron Edge Tutorial Quest. A real challenge. Complete a Level 2 Request. Bei Aeons as a Planet Shop. Aeons as a Planet Shop. Ja, gute Frage, ne? City Quest Sage Village. 10 Population, 8 von 10 haben wir, hier sind die Aufgaben noch. Also unsere erste Stadt ist ja eigentlich diese hier. Duschdelgaden. Interested. Okay, da sehe ich jetzt nicht so wirklich, dass wir da noch was machen können. Hier können wir nichts freischalten, oder? Drafts. Ah. Vorher ist das aktuelle Art Max Ranked. Okay, da können wir Desert oder Ocean können wir dann upleveln. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Da gibt es eine Pflanze und hier gibt es dann Fische. Rote Algen und Korallen. Hier gibt es Anchovy. Keine Ahnung was das für deutsche Fische sind. Und Zacker Fisch. Eine Saugschmerle wahrscheinlich. Also ein Pilot Fisch für Haie. Fifty Fifty Joker müsste man ja ziehen, ne? Fisch. Giftig. Koralle. Und im Riff. Oder am Riff. Hier gibt es 20 Fleisch. Ja, gute Frage was wir nehmen. Also das wäre einfach, ne? Nehmen wir doch das, oder? So. Jetzt müssten wir hier hingehen. Warte mal hier wahrscheinlich, oder? Dann können wir das hier hin pflanzen. Wer hat das denn jetzt gekriegt? Wahrscheinlich er, ne? Ah, hier waren ja die Fische. Das ist also falsch. Wie komme ich wieder zurück? Hier? Ne. Da. Das ist Fisch. Da sind Pflanzen. Ne, Pflanzen sind hier. Aber hier sind keine Pflanzen. Nochmal zu. Nochmal auf. Und. So, jetzt kann ich das hier erweitern, wenn. So, jetzt kann ich das hier erweitern. Geht aber irgendwie nicht. Wo kriege ich denn meine Korallen jetzt her? Hat hier wohl nicht jemand anders hier drinnen, oder? Doch, tatsächlich hat er die Korallen. Und die kann man dann hier hinsetzen. Okay. Lushtdale Port. Oder Lushtdale Port. Was haben die hier für ein Problem? Border Expander. Okay, die wollen das jetzt erweitern. Haben sie auch gemacht. Sehr gut. Okay, zwei, drei und zwei. Sieben da. Die haben ja auch schon was erweitert. Was war das jetzt für ein Jingle? Gute Frage, ne? Kann man das da noch hinsetzen? Wahrscheinlich, ne? Dann machen wir das doch mal. Ich könnte jetzt hier noch eine Wüste ausheben, die ich jetzt aber nicht mehr haben möchte. Kann man hier noch was erweitern? Nein. Ich glaube das war's schon, ne? Drei Dörfer auf dem Land ist genug. Schätze ich mal. We did it. Sage Village 5 ist immer noch nicht passiert. Was ist hier jetzt? We want to start a new project here in Lushtdale Port. What we seek inspiration. Where should we look? Okay. Guck mal nach dem hier. So weird. Sie haben schreien gemacht und hier haben sie richtig Geld dann da gekriegt. Und da kriegt man mehrfach Geld für wohl. Okay. The Pirate Green is inventing something new. Okay. Hört gar nicht auf, oder? Die machen Geld ohne Ende gerade. Was macht er hier? Rum zappeln. Können wir noch was ausbauen. Blueberry. Birnenbaum. Eiche. Und Apfelbaum. Mach das da mal hin. Die Tiere haben wir die schon alle? Ne, nicht wirklich. Aber es sind keine freien Stellen mehr da. Nein, dann geht das nicht. We did it. Okay. Jetzt geht hier was ab. Mit Gemüse. Wo ich das hier kaufe weiß ich nicht. Die sind hier auf Stufe 2 auf jeden Fall wohlgekommen. Interessant. Tree Fruit. Hier ist noch ein empty Slot. Häschen. Keine Ahnung. Tod. Das sieht nach Sachschon. Ich komme jetzt nicht drauf. Das sind Eichhörnchen. Und das sind Frettchen. Hier gibt es Gemüse. Da gibt es Geld. Da gibt es Essen. Also nicht Gemüse, sondern Essen. Geld brauchen wir eigentlich weniger. Das heißt wir können tatsächlich hier Gemüse brauchen. 5. Und da sind es 15. Jetzt kommt er darüber und macht das gut. Mal Drafts haben wir dann noch einen. Einen? Wir sind hier Level Up oder was? Lass uns mal den Forest gucken. Pangolin geht dann noch... Machen wir doch mal. Und das war jetzt bei denen hier glaube oder? Können wir da noch was machen? Wer hat denn einen pangolin? Er hier. Ah, hier ist kein Platz mehr oder? 5 E.O.N. kostet das. Hier Monster Slot Animal Booster. Machen wir doch mal die da hin, wenn da ein Animal Booster ist, bringt das doch was, oder? Jetzt geht es hier ab, oder? Ja, verstehe ich jetzt nicht, wie ich hier weiterkomme. Die E.O.N. weiß ich auch nicht, wo die sind, warte mal, hier konnte man was sehen, noch Current. Ja, man kann immer weiter spielen, das ist auch schon mal cool, aber wie liegt das jetzt gerade? Ein Stone Cutter, Two Smith, oder ein Gimpf Seeker, der bringt uns wieder Geld hier. Stone Cutter extra for each science in the mineralism. Science hört sich ja gut an, ne? Guck mal, machen wir das. Okay, da ist jetzt das Land erweitert worden durch. Oder wie sehe ich das? So bad that. Okay, keine Ahnung, was dadurch kleiner geworden ist. Diese Stadt ist jetzt tatsächlich im Hintertreffen. Glaube ich. Das ist zwei. Und da ist noch eins, aber da tut sich ja noch was wahrscheinlich. gut. Bei E.O.N. in Planet Shop, wo ist der Planet Shop bitte? Right under the E.O.N. bar. Wo ist die E.O.N. bar? Da. Da. Aha. Fünf. Okay, come on, you have no unlock this option set. Also hier kann ich nichts erweitern, ne? Kann ich hier was... Ah, jetzt habe ich was gekauft wohl. Okay, dafür gebe ich etwas her. Naja, war jetzt vielleicht nicht so. Spend all your hands and complete the planet. Okay. Jetzt hole ich alle E.O.N.s remote unlimited. Habe ich das schon? Eigentlich schon, ne? Ja, mach das doch. Ah, warte. In the Metagame, okay. Spend all your hands. Wo kann ich die alle ausgeben? Hier? Oder hier? Forrest haben wir ja schon mal hoch gemacht. Da geht nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. Select the B.O.M. Kann ich nicht. Also ist das schon mal durch. Achso, Drafts hatten wir ja gerade. Gut. So, das bedeutet jetzt. Hi. Kann ich hier was ändern? Oh, hier könnte ich was ändern. Was mache ich gerade? Das wäre die Frage, ne? Wasser. Nee, Wasser wollte ich jetzt nicht unbedingt machen, oder? Da wäre Wüste. Also das lassen wir das Land schon mal so. Das passt schon so, denke ich, oder? Hier ist ja überall was jetzt auf jeden Fall kein Brachland mehr da. Er kann halt nur das. Hier kann man auch nichts machen. Create Beyonds oder Terraform. Hier geht auch nichts mehr. Create Forest. Kann er auch nichts mehr machen. Hier bringt mir jetzt nichts, ne? Jetzt könnte ich das ändern. Mal gucken, was er da macht. Die Wüste lebt, ne? Macht er jetzt aus dem Wasser dann Wald? Oder wird das eine Unterwasserwelt? Ah, das wird eine Unterwasserwelt dann. Das wird dann... Ah, nee, das wird ja gerade angerufen. Ich dachte, das wird ein Sumpf. Aber dem ist nicht so. Ja. Das hat uns jetzt auch nicht weitergebracht, ne? Ja, hier sieht man, was reinkommt. Spend all your... Aber wie kann ich die spenden? Wie kann ich die ausgeben? Das ist die Frage hier. Jetzt kann ich nichts mehr hier auf jeden Fall machen, ne? Ich kann hier auch nichts freischalten. Hier ist auch tot. City Grass ist klar, aber ich wollte ja hier was machen. Da sind wir durch. Kann ich jetzt hier noch... Oh, Draft Charge. Das sieht ein bisschen anders aus, oder? Also hier kann ich nichts mehr machen. Also hier kann ich nichts mehr machen. Die können jetzt tatsächlich auch nicht mehr so wirklich was machen. Okay, Coral Rock. Geht hier nirgendwo mehr hin. Geht hier noch Coral Rock? Da geht es wohl noch hin. Das ist ein Empty Slot. Ach guck mal, die haben sich jetzt hier aufs Wasser sogar erweitert, ne? Jetzt sollten wir hier noch mal ein paar Fische hin machen. Ja, hier kann Pflanzen machen. Und zwar Cianamona oder Red Alga. Ist hier noch irgendwo Platz frei? Ich glaube nicht, ne? Doch da, Empty Slot steht da. Also ich muss das hier fertig machen, um neue Draft zu kriegen, die ich hier dann wieder aktivieren kann, ne? Okay, die Korallen sind da. Und bringen den Bewohnern was. The Sage is investing something new. Okay. Ja, was passiert hier gerade dann? Oder Expander, okay. Keine Ahnung, die expandieren hier oder was? Okay, mit dem Schiff. Dann klemmen sie das jetzt hier, oder? Sieht so aus. Jetzt sind sie hier Level 2 gerade geworden da durch irgendwo. Wo greifen die jetzt die hier an? Sieht fast so aus, oder? Okay, schauen wir mal. Was ist das für eine Delegation? Jetzt sind sie hier. Und laufen wieder zurück. Bearhole agreed to export advanced tools to digital. Okay, die haben jetzt Sachen da vorbeigebracht, oder wie sehe ich das? Auch schön. Hier 7 von 8, ne? Da sind wir fast durch. Hier 12 von 25, das dauert noch. Aber hier ist, haben wir schon genug, haben wir schon genug. Wir müssten jetzt hier noch Science machen. Hm. So, wir müssen mal wieder rauszoomen, ne? Warum kommt der jetzt hier hin? Was habe ich ausgewählt? Ich hoffe nichts. Was ist das hier? Sagebrush. Underground. Wo kann ich das hinsetzen, hier? Ne. Da sind schon Tiere. Ach, da haben wir doch einen hingesetzt schonmal. Ich glaube hier ist jetzt nichts mehr zu setzen, oder? Clownfisch. Hier ist jetzt schon was. Aber da kann man sowieso, glaube ich, nicht setzen, ne? Ist hier irgendwo noch ein Platz, wo man das hinsetzen könnte? Ich glaube nicht, ne? Da sind die Tiere. Ich glaube das war's hier. Ah, warte, hier ist noch ein empty Slot. Also das geht da wohl nicht hin, ne? Ah, ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Das war der empty Slot. Warte, der kann doch auch was machen. Bambus. Wächst der Bambus dann hier? Probieren wir's aus. Jetzt kommt der. Bringt das uns was? Ist die Frage. Right click to inspect. Habe ich den jetzt abgebrochen? Könnte sein, ne? Geh mal da hin und mach das da hin. Keine Ahnung was uns der Bambus bringt. Da wächst er auf jeden Fall jetzt. Help us. Okay. Was passiert jetzt hier? Wieder Level up durch diese Bambus, oder was? Also hier ist schon mal was Höheres, ne? Geht hier schon wieder was? Ah, da können wir nix machen. Aber hier können wir was machen. Da können wir jetzt diese Fische nochmal haben. Aber warte mal. Ich will gerade nochmal in die Wüste dann gucken. Was kann man in der Wüste machen? Ich komme nicht wieder zurück. Gute Frage, nächste Frage, ne? Okay, dann müssen wir das sogar machen wohl. Weil das andere gar nicht mehr geht. Können wir hier denn was machen? Oh, hier ist noch was frei. Jetzt kommen da die anderen Fische hin. Anschauvi. Haben wir hier im Meer noch was frei? Ich glaube nicht, ne, oder? Hier ist alles besetzt. Die müssen erst ihr Land erweitern, wenn das klappt. Clownfische und hier sind die roten Algen. Ja, hier ist jetzt leider nix. Gut. Was war da? Desert. Das haben wir, glaube ich, alles ein bisschen Red Stones. Weiß ich jetzt gar nicht, aber die haben... Sandcat. Eisen, da haben wir auch eine Mine drauf. Ah, da sind die Red Stones auch. Okay. Passt erstmal soweit alles. Können wir hier noch was kaufen? Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Planet Shop, ja, wird mehr. Wird immer mehr. Aber was? Hier müssen wir noch irgendwo Forschung machen. Dafür müssen die aber hier irgendwie mal ein Projekt wieder machen, ne? Hier kann man nix mehr machen. Warte mal, hier stand was von free. Los geht. Hier ist aber überall was hingesetzt schon. Hier gibt es keine freien Slots mehr, ne? Hier, aber da wohnt keiner. Die sind auch alle besetzt. Das war es gerade, ne? Ja, da ist auch was. Ja. Ja. Kann ich hier noch was machen? Select the biome. Nein. Komisch, dass hier in der Desert nix mehr geht. Das ist durch. Klick to inspect. City Stats. Ja. Gute Frage. Nächste Frage, ne? Trade Routes. Okay. Wir haben eine Handelsroute, aber wohin? Ja, das ist jetzt nicht so das, was ich brauche, ne? Schlot to place im Mikro hier, aber ich weiß gar nicht, wie man eine Mikro dahin placed. Hm, das hat mir das Spiel leider noch nicht gezeigt. Und ich glaube, wir machen erst hier wieder einen Cut. Die Folge ist schon wieder unwahrscheinlich lang. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es weiter geht. Müssen wir mal gucken, was hier noch geht oder nicht geht. Momentan bin ich überfragt. Die Drafts, die sind gerade gesperrt. Die beiden sind schon zu. Jetzt müsste dieses noch. Dafür muss ich aber No Draft Charts. Weiß ich, wie die ich da ranne. You have no draft left to unlock new barataka. Earn more by completing requests given by the cities. Okay. Ich muss hier das hier erledigen, damit es besser wird. Da müssen meine Städte wachsen. Hier brauche ich nur eine Forschung. Und hier unten ist die Piratenstadt. Das ist ja das hier. Was machen die? Keine Ahnung. Da müsste man mal genau gucken, dass man hier was wegnimmt. Das macht ja Essen. Essen wollen die ja gar nicht. Vielleicht kann ich das auch umpflanzen sozusagen. Da gibt's Schnecken. Da gibt's Geld. Das muss ich dann vielleicht umändern. Das müssen wir in der nächsten Folge mal checken, was wir da machen müssen. Dass wir diese Werte dann hinkriegen. Alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf einer Kanäle teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wes? Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020